Das Thema Bereitschaft ist immer alles entscheidend. Wenn einer nicht bereit ist, dann ist er nicht bereit, weil deine Wahrheit und meine muss ja nicht die Wahrheit von jemand anderem sein. Absolut. In welcher Realität lebt er jetzt gerade? Und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Willkommen zu einer weiteren Emolution Podcast-Folge 101. Mir gefallen die Nummern langsam. Jetzt kommen wir in spannende Areas rein. So, was stand heute an bis jetzt? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Also mir sind heute so ein paar Sachen echt aufgefallen. Und zwar eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass ich und du ja wahrscheinlich auch in vielen Gesprächen feststelle, dass einfach Leute, gerade also Makler, Dinge nicht sauber, geradlinig auf den Punkt bringen können. Das geht wirklich so zick-zack, zick-zack. Und wenn ich das, also wenn mir einer schon nicht zum Beispiel eine Frage einfach sauber und gerade ausstellen kann, was sein Problem ist, ohne tausend Umwege, dann stelle ich mir die Frage, wie ist das erst beim Kunden? Ja, hundert Prozent. Wie läuft das beim Kunden? Was ist da so deine Erfahrung? Ja, also ich glaube, es ist ja, nicht nur ein maklerspezifisches Problem, sondern wahrscheinlich gesellschaftlich. Ich meine, ich ertappe mich ja auch manchmal, dass man anfängt zu reden, bevor man seine Gedanken wirklich gesammelt hat. Das hat ja, jeder kennt das, das ist ja jetzt erst mal soweit nichts Unmenschliches. aber wo ich das immer stark merke, sind es auch zum Beispiel bei so Dingen wie Ziele definieren. Wo willst du eigentlich hin? Was sind eigentlich deine Vorstellungen von dem Ideal? Also was stellst du dir vor? Was ist deine ideale Vorstellung? Und ja, das nicht klar ausdrücken zu können. Ja, dann lass uns doch mal den Leuten mal so einen kleinen Leitfaden geben, wie man das machen kann. Weil das ist nämlich wirklich so ein Ding. Was ist denn eigentlich, welches Leben will ich denn führen? Oder mal machen es mal noch einfacher. Wer möchte ich, wo möchte ich mich denn als Makler hin entwickeln? Und also wenn mich jetzt einer fragen würde, so pass auf, du willst jetzt einen Maklerladen aufbauen, dann sind wir uns natürlich klar, dass man nicht jetzt unbedingt direkt mit 100 Mitarbeitern beginnt. Aber der Punkt ist, ich fange doch mal damit an, mal so mir eine Vorstellung davon zu machen, worauf habe ich denn überhaupt Bock? Worauf habe ich überhaupt Lust? Und wie stelle ich mir das vor? Und was ich tun würde ist, ich würde mir doch zuallererst mal so, zumindest mal in Deutschland oder vielleicht sogar erst mal in meiner Umgebung, und so habe ich es auch damals gemacht, ich habe erst mal in meiner Umgebung einfach den Wettbewerb angeschaut. Ich habe einfach geguckt, was machen die denn da? Wäre es gut, wäre es nicht gut. Und da alleine ist mir schon relativ schnell bewusst geworden, die kochen alle nur mit Wasser. Ja, das ist auch interessant, weil von den Gesprächen, also viele von den Leuten, mit denen ich spreche, vor allem die Starter, Quereinsteiger etc., ich würde sagen, bei 80% der Leute ist der Auslöser, dass die halt Kontakte hatten, weil sie entweder selber Kaufsuchende waren oder was auch immer, zu Maklern und dann gemerkt haben, das kann ich besser, das ist totaler Rotz, ja, und aus dieser Motivation heraus sich selbstständig gemacht haben oder jetzt selbstständig machen wollen. Auf jeden Fall. Also irgendeine Motivation gibt es ja, also irgendwas ist da passiert, irgendein Auslöser und sagt, Mensch, das ist ja eigentlich ganz cool, das kann ich besser. Aber ist ja auch schlau, weil am Ende ist es ja so, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, in einen Coffeeshop oder so, einen Kaffeeladen aufmachen will, dann würde ich mich auch erst mal damit beschäftigen, okay, sagen wir jetzt mal Straße XY. Also du meinst jetzt nicht einen Coffeeshop in Holland? Nein, natürlich nicht. Wir sind doch hier ganz seriös im Business. Absolut, aber deshalb war ich gerade so ein bisschen irritiert. Nein, einfach einen Coffeeshop, wo man Cappuccino und so weiter, du weißt schon, was ich meine. Wenn ich so einen jetzt aufmachen wollen würde, dann würde ich mich auch, glaube ich, erst mal hinsetzen und einfach beobachten. Exakt. Also Läden, die bereits vorhanden sind und zu gucken, okay, was sind deren Stärken, warum gehen die Kunden dorthin, warum gehen die nicht woanders hin? Genau. Okay. Und was kann ich besser machen? Also welche Schwächen der anderen kann ich zu meinen Stärken machen? Absolut. So, weil am Ende, jeder hat ja seine Zielgruppe, ist ja auch wieder so ein lustiger Punkt, weil viele versuchen ja jedem gefallen zu wollen, was sowieso nicht geht. 30% hassen einen, 30% lieben einen, die anderen 30%, denen ist man komplett egal. Also jeder findet schon so seine Zielgruppe, das will ich eigentlich damit sagen. Ist eigentlich ein smarter Gedanke, wenn man starten will. Genau. Und wenn man mal ganz genau jetzt dann noch mal so ein bisschen hinguckt, was steht denn eigentlich dahinter? Und das ist auch beim Lernen generell im Leben super wichtig, ist das Thema eigene Beobachtung. Ja. Weil wenn du ja keine eigene Beobachtung hast, dann musst du dich ja immer auf das Urteil von anderen verlassen. Ja. Und was gibt es denn Schlimmeres, als wenn du ein Leben lebst und du musst immer auf andere hören, weil du selber keine eigene Beobachtung machst. Das ist ja total Banane. Du kannst ja nie ein eigenes Urteil erlauben. Ja. So, bei Prozessen ist es jetzt wieder ein bisschen anders. Du musst erst mal ein paar Prozesse machen, damit du überhaupt in der Lage bist, es selber beurteilen zu können. Weil sonst weißt du ja nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber nochmal zurück zu dem Thema. Du hast genau den Punkt getroffen. Das heißt, ich bin hingegangen und habe mir erst mal die anderen Makler angeguckt. Und wenn ich jetzt mal so unsere Kunden, welche Grundlagen die von uns mitgegeben bekommen, in Sachen Vorlagen etc., dann kann man eigentlich, das ist auch nicht großspurig und auch nicht großkotzig. Null Prozent. Null Prozent. Aber der Punkt ist, Warte, ich gehe so weit. Ich schicke jeden Kunden von uns, der mit uns seit, sage ich mal, drei bis sechs Monaten zusammenarbeitet. Jeden Kunden schicke ich gegen einen Makler, der 15, 25, 30 Jahre am Markt des Schickchens kann. Genau. Und zwar blind. Genau. Unter einer Einschränkung, unter der Voraussetzung, die Person macht genau das, so wie es zu machen ist. Das ist klar. Hat keine Chance. Null Prozent. Der hat keine Chance. Und das sage ich hier mit einem wirklich sehr, sehr breiten Grinsen. Aber 100 Prozent. Also der hat keine Chance. Und da braucht man auch gar nicht mehr zu sagen, das ist Werbung genug. Also das ist der Punkt. Also ich schaue mir an, was machen die anderen. Und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt, weil ich will mich ja nicht nachhaltig und langfristig nur an anderen orientieren. Sondern ich schaue einfach nur, was macht der gut. Da muss ich ja auch ehrlich sein. Das macht der gut. Und das macht der nicht gut. Ich bleibe mal bei diesem Thema. Und wenn ich das gemacht habe, so für meine Region, sagen wir mal, das ist jetzt so eine vielleicht Stadt so bis 100.000 Einwohner. Oder meinetwegen auch eine größere Stadt. Ich würde aber damit nicht aufhören. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Dann würde ich mir mal die größeren Städte angucken. Sagen wir mal zum Beispiel Düsseldorf oder München, vielleicht auch Hamburg, Berlin und so weiter. Und wir sagen, wen finde ich denn da wer richtig smart ist, wer richtig cool ist. Also ich würde mir, ich würde nach dem Best Pick, also den besten Punkten, den besten Pictures, so cooler Laden, ein cooles Ladenlokal oder ein gutes Team, gute Bilder, guter Auftritt. Wie machen die das? Das würde ich mir immer so ein bisschen einfach anschauen. Und zwar? Wo man einfach sieht, okay, der Laden hat die Stärke, der Laden hat die Stärke, der hat die Stärke und immer wirklich die Rosinen rauspicken von den einzelnen Dingen sozusagen. Und vor allen Dingen, es geht ja darum, was ist mein Ideal? Was ist möglich? Was ist machbar? So, ne? Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann würde ich mal gucken, was ist denn in Europa eigentlich los? Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel mal nach London gucken. Ich würde mal vielleicht auch mal einfach größere Städte mir anschauen, wo richtig Musik ist, wo richtig was geht. Und dann würde ich das Ganze noch ein bisschen größer machen und würde mal international gucken. Also von Kapstadt, New York, meinetwegen auch L.A. Vielleicht auch auf die andere Seite gehen, Richtung Sydney. Ich würde mal gucken, was ist denn auf der Welt eigentlich los? Und zwar immer an denen, wo ich sage, da ist was gebacken. Und ich meine jetzt nicht jetzt so dieses Selling Sunset Ding, wo jetzt einfach nur, ich sage mal, hübsche Mädels rumlaufen. Nein, nein. Wo es jetzt mehr um so dieses Das ist ja Entertainment Show. Genau, Entertainment Markelei geht. Ja. So, aber der Punkt ist einfach der, es geht ja darum, dass ich selber eine Vorstellung bekomme. Und zwar auch hier ganz klar, es geht nicht darum, zu sagen, jetzt nur das eine, was jetzt ich oder was du cool findest, ist cool, sondern was findest du da draußen? Cool. Wo hast du Bock drauf? Und wichtig aus Marketingaspekten natürlich auch dabei drauf zu achten, was funktioniert da, wo ich bin. Exakt. Also womit kann sich auch die Zielgruppe identifizieren? Weil wenn du jetzt natürlich sagst, New York etc. pp., dann gibt es da ja 100% Punkte, wo ich sage, die sind geil. Frage, wiefern kann ich das natürlich in meiner Region, wenn ich jetzt ein bisschen ländlicher bin? Oder in Mainz zum Beispiel, ja, oder Wiesbaden, da funktioniert natürlich nichts, was jetzt gerade da in die L.A. abgeht? Ja, auf jeden Fall schwieriger, sagen wir es mal so. Man kann vielleicht das ein oder andere für sich dann wieder umbauen und anpassen, aber, ne? Genau. Wie gesagt, es ist ja auch nur, wir zeichnen ja mal ein Picture, um herauszufinden, so, wie komme ich denn eigentlich dahin, mir mal so ein kleines, also nicht ein kleines, sondern so ein eigenes Ideal zu bauen. Weil das eigentlich Hauptproblem ist, und das ist krass, was ich feststelle, ist die Thematik, dass die Leute sich nicht trauen, hinzugreifen. Ja. Also hinzugreifen, zuzupacken, so überhaupt so eine Idee, weil es ist gar nicht dieses, ich, ich kriege das, sondern überhaupt mal die Bereitschaft zu haben, mal hinzugreifen und sagen, oh komm, ich gucke mir das mal an, wie das denn überhaupt ist. Ne? Weil das ist halt wie bei einem coolen Kinofilm. Weißt du, wenn ich mich nicht traue, ins Kino zu gehen, mal was Neues zu versuchen oder mal was Neues, dann werde ich auch nie in der Lage sein, irgendwie mal neue Eindrücke zu bekommen. Ne? Und einfach mal neue Ideen auch zu entwickeln. Und das ist es, was es braucht. Und das ist auch das alles Entscheidende. Im übrigens Business, genauso wie im gesamten Leben. Das Ding ist, die Leute steigen zu schnell aus, aus diesem, ich kreiere etwas. Ja. Und du weißt, wie ich bin, und ich weiß ja, dass du genauso bist, wir sind eigentlich ständig am Kreieren. Wir sind immer wieder... Guck mal, das Ding ist, weißt du, bei mir, ich habe bei mir festgestellt, ich liebe Dinge, wo andere sagen, das geht nicht. Das liebe ich, da fange ich erst an. Das ist ja, du weißt ja auch genau, dass das mein Trigger ist, weil es passiert jetzt nicht selten, dass du reinkommst und genau diesen Punkt bei mir triggerst, wenn mal zum Beispiel so ein Tag ist, wo ich jetzt noch kein Ergebnis produziert habe, dass du genau mich da mit piekst und dann kommt direkt eine halbe Stunde später das Ergebnis. Genau. Weil in dem Moment, wo einer sagt zu mir, du kannst das nicht oder bla, und bei uns ist es ja humorvoll, aber da fängt bei mir der Spaß erst an. Absolut, genau. Ich liebe Sachen, wo andere sagen, das geht nicht, da glaube ich nicht dran und so weiter. Aber weißt du, Leon, das kann ja erst dann kommen, also das passiert ja erst dann, wenn du überhaupt so ein Leben aufbaust, wo du, ich sage es mal wirklich so, Spaß hast an verschiedenen Dingen. Weil guck mal, wir haben Spaß an Mode. Okay, du hast jetzt andere Ideen, andere Vorstellungen als ich, aber das spielt ja gar keine Rolle. Aber dass man so eine Idee hat, dass man Freuden, so will ich es mal sagen, Freude hat an etwas, bei mir, bei uns ist es ja Interesse an Menschen. Wir haben einfach Spaß daran. Ich habe ja mal, eigentlich erzähle ich es immer jedem, als du schon noch kleiner warst, man hätte dich aussetzen können, egal wo, du kamst einfach kurz danach und hattest irgendwie fünf, sechs Leute im Schlepp. Das war halt einfach immer cool und das ist ja heute noch so. Egal wo du bist. Obwohl ich bin tatsächlich ein bisschen irgendwie schüchterner geworden bei manchen Sachen, ich weiß auch nicht warum. Ach was? Doch, doch, ein bisschen. Aber schau. Ich glaube, als Kind ist man auch da einfach nochmal ein bisschen mutiger und denkt über viele Dinge gar nicht so richtig nach. Ist nicht so verkopft vielleicht in den ganzen Sachen, aber ich weiß, was du meinst. Aber das passiert ja nicht, wenn man keinen Bock auf Leute hat. Nein, nein, 100 Prozent. Wenn man keinen Spaß an Menschen hat. Aber das ist ja das eine. Das andere ist eben, dass wir ja oft über neue Dinge sprechen, über Ideen, wie geht es weiter. Und manchmal sagt man, wir reden jetzt nicht über shiny objects, aber selbst das kommt ja bei uns in so eine Art Ideenbank rein. Das wird ja nicht direkt angegangen immer. Was meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, einfach, ob das jetzt ein neues Programm ist, ein neues Coaching-Programm oder die Weiterentwicklung Büro. Guck mal, wie lange, das hat sich ja auch eine Zeit lang entwickelt. 100 Prozent. So, und wo wir auch gesagt haben, okay, jetzt der Zeitpunkt noch nicht da. Wir müssen jetzt noch ein paar Dinge, ein paar grundlegende Dinge klären. Ja, ja. Nur, was halt nicht bei uns passiert ist, dass wir komplett aussteigen aus diesem... Wir behalten die Dinge in unserem Horizont. Genau. Und gucken die ganze Zeit, wie können wir den Horizont auch erweitern und vergrößern. Weil ich glaube, das ist jetzt, wenn wir mal so einfach ganz umgangssprachlich sprechen, dass viele Leute halt einfach den Horizont gar nicht haben, haben wollen vielleicht auch, ja, um halt danach greifen zu können, wie du gerade gesagt hast. Ja, genau. Und das, also ich finde immer ein ganz guter Vergleich ist zum Beispiel so eine Beziehung, ne? So, man startet in so eine Beziehung rein und dann hat man irgendwie so, ja, einfach, man will was aufbauen, hat ein gemeinsames Ziel, wie vielleicht eine eigene Wohnung oder so. Ja. Oder ein Haus. Aber was passiert denn danach? In den meisten Fällen hat man dann so ein Haus und wenn alle so, die jetzt mal zuhören, wirklich mal überlegen, wie das bei ihnen im Leben war, dann haben sie ein eigenes Haus und glaube mir eins, in so einer Beziehung, man versetzt wirklich Berge. Man versetzt echt Berge, um dann so ein Ziel zu erreichen. Oder so eine eigene Wohnung, wenn man ein bisschen jünger ist zum Beispiel. Man versetzt fucking Berge, um das zu erreichen. Und dann, und dann trennt sich die Späu vom Weizen. Die einen machen dann weiter, also dann machen sich die Wohnungen schön oder sagen, ach komm, jetzt müssen wir das noch, wir wollen noch irgendwie. Also kreieren weiter am Ende. Kreieren weiter und die anderen, ich sag mal, der eine sitzt dann nur noch vom Fernseher, weil sie haben das jetzt geschafft. Ja, es ist halt dieses dann danach so in den Tag leben. Genau. Und dann hört das auf. Und das ist ja aber jetzt bei der Wohnung ein gutes Beispiel, aber das ist ja komplett, kannst du es ja aufs Leben beziehen. Absolut. Ja, wenn du, ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass, und das, also ich sag, ich sag, ich sag 95 Prozent der Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, okay, sind gerade nicht am kreieren. Ja, die können das ja mal gar nicht in die Kommentare schreiben, weil, also mal ganz, ist ja auch gar kein Vorwurf, gar nicht bewertend, abwertend gemeint, 0 Prozent, sondern fragt mal euch selber, seid ihr gerade wirklich etwas am Erschaffen, am Kreieren, in welcher Form auch immer. Ja, guck mal, wir haben doch in der hundertsten Folge darüber, über die Makler, die 15 oder 20 oder 10 Jahre schon im Markt sind. Ja. So, und wenn wir mal ganz, ganz genau hinschauen, sind doch die Menschen, die nicht bereit sind, etwas zu verändern oder die nicht bereit sind, dazuzulernen, sind doch genau die, die ausgestiegen sind, die nicht mehr kreieren, die sitzen in ihrem Maklerbüro. Aber was sagst du zu denen, weil jetzt, ich gehe bei uns in den Sales-Raum rein, okay, und ich höre, ich höre eine Person sagen, zu einem unserer Vertriebler, ja, bei mir ist alles gut und ich mache meine Umsätze, was soll ich denn jetzt noch mehr machen? Ne, ich verdiene mein Geld, alles gut. Das ist dann so ein Ding. Was sagst du denen? Also nochmal, das Thema Bereitschaft ist immer alles entscheidend, ne? Also wenn einer nicht bereit ist, dann ist er nicht bereit, weil deine Wahrheit und meine muss ja nicht die Wahrheit von jemand anderem sein, ne? Das ist halt immer so das Problem, Absolut. In welcher Realität lebt er jetzt gerade, ne? Ja gut, aber ist das jetzt, aber das ist ja trotzdem, trotzdem, also wenn wir jetzt über richtig und falsch reden, ist es ja eher falsch, aufzuhören zu kreieren, egal ob es seine oder meine Wahrheit ist, weißt du, wie ich meine? Ja klar. Weil am Ende ist das ja nicht gut, weil das, das ist ja so. Aber du kannst, also ich verstehe total, was du meinst, du kannst aber nur mit jemandem darüber sprechen, der die Bereitschaft hat, ne, der die Bereitschaft, die Wahrnehmung hat, das ist genauso wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, jemand läuft über die Straße, der stolpert, ne? Oder, oder legt sich auf die Nase und bricht sich das Bein. So, jetzt sagt der, ja, da lag auch irgendwie irgendwas doof rum, sag ich jetzt nur zum Beispiel. So, wenn du dem aber sagst, ja pass mal auf, du hast aber einfach deine Augen nicht aufgemacht, du hast einfach die Knöpfe, ne, 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 das lag aber da einfach rum, ja? So, also dieses Anderen die Schuld zu geben, das hat was mit Bewusstsein zu tun. Also ist der Person überhaupt bewusst, dass sie eben jetzt einfach so zum Beispiel in kompletter Langeweile lebt? Also diese, ich sag mal, Zufriedenheit, ne, totale Zufriedenheit, was bei den meisten totale Langeweile ist, die ergötzen sich ihrer Langeweile, die haben da total Spaß dran, also, weil die haben sich damit abgefunden, mit dieser Langeweile. Das ist, ich glaub, das ist sehr, das ist ein sehr entscheidendes Wort. Abgefunden. Genau. Und sich abgefunden mit der Situation, weil sie wahrscheinlich nicht wissen, wie sie neu erschaffen können. Nee, ja und nein, es geht gar nicht um, die es nicht wissen, sondern, guck mal, du kannst doch nur etwas sehen, wenn du es auch wahrnimmst. Also Beispiel ist eine schwarze Wand und der sagt, ne, ich find die ist grau. Ja, okay, ich weiß was du meinst. Obwohl die offensichtlich schwarz ist, ne, so, oder, oder, du gehst, jetzt, achso, pass auf, ich hab ein gutes Beispiel. Da geht jemand, da geht jemand, wir waren als Kinder, ne, so, ja, als Kinder bist du, gibt's ja diese, diese Stadtfeste und so weiter und da ist die Polizei. Mhm. Wie reagiert ein Kind auf die Polizei? Boah, wie geil, Uniform, alles total cool, ne, so ein Kind, ja, oder Feuerwehr, ne, boah, krass. Also, aber geht doch mal 20 Jahre später. Was denkt denn das Kind dann? Über die, über die Polizei? Scheiß Bullen. das Einzige, was da passiert ist, ist die Einstellung zum Leben hat sich verändert. Ja. Die Einstellung zum Leben, die Sichtweise zum Leben, das ist das, was sich verändert hat. Die Einstellung zur eigenen Frau, die Einstellung zu den Kindern, die Kinder gehen mir total auf den Sarg, die sind nur am rumheulen und so weiter, nach Müde kommt doof und all so ein Zeug. Und Business, die ganzen Kunden sind doch total, es ist die Einstellung, ja. Es ist die Einstellung, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte bei jemandem verändert und dadurch steigt man aus diesen ganzen Themen einfach aus, weil einen alles nur noch abfuckt. Das ist ja, das ist ja das Kernproblem oder eins der großen Probleme unserer Gesellschaft. So jetzt, wir wollen mal nochmal zurück zu den Maklern. Jetzt macht der Makler, jetzt wird dem irgendwie, der sagt, ja, das ist doch total in Ordnung, weißt du, da habe ich so eine Software, da gebe ich da so ein paar Daten ein und am Ende des Tages kommt da ein Wert raus. Ist doch super. Ist doch total bequem. Der stellt sich gar nicht die Frage, ist das richtig oder falsch. Die Frage stellt, das ist halt einfach bequem, weil irgendein anderer Typ hingegangen ist, das ist ein total geiles Tool. Das ist super. Der stellt sich gar nicht die Frage, ob jetzt, also für den ist das auch total logisch, zu einem Verkäufer zu gehen und der Verkäufer sagt, ja, ich will 800.000 haben. Ja, ja, jung, ist gut. 800.000, kriegen wir hin. Das ist für den komplett, weil die Einstellung ist, so läuft das halt. Das macht man so. Und deshalb hinterfragt er das auch gar nicht. Und das ist eigentlich das Ding. Es ist die Einstellung zum Leben. Wie sehe ich die Menschen? Alle Menschen sind doof. So, die Kunden, der Verkäufer, überleg mal, der Verkäufer, der hat es ja gar nicht anders verdient, der will ja seine 800.000. Ich mache ja nur das, was der sagt. Verstehst du, das ist eigentlich das Ding. Ja. Und damit, und damit kommst du eigentlich, also ich würde fast sogar sagen, da entsteht so eine Frustrationstoleranz. Ja, 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 auf jeden Fall. Weißt du so, ich toleriere die Frustration. Ich feiere das sogar. Also, ich finde mich damit ab. Das musst du halt einfach aushalten. Das ist halt so. Da sind wir wieder bei dem Wort abfinden. Ich glaube, das ist, also, dieses Wort ab, sich damit abzufinden, passt eigentlich perfekt zu dem, was wir besprochen haben. Genau. Ich würde sagen, da machen wir einen Haken hinter, hinter die Folge. Genau. Ich glaube, das war eine sehr gute, ja, sehr geile Sache. Die 101. Die 101. Folgt auf die 100. Die schon cool war. Ich meine, unsere Podcast-Folgen sind ja immer cool. Aber ich, wir entwickeln gerade so nochmal einen eigenen, neuen Stil irgendwie. Ich mag das. Geht in die richtige Richtung. Ich mag das auch. Aber wichtig ist halt, letztendlich Makler, was mir noch als Schlusswort wichtig ist, Makler ist, finde ich, also Immobilienmakler zu sein, ist ein wichtiger Bestandteil im Leben aller Menschen. Egal, ob ich Vermietung, also eine Mietwohnung haben will oder ob ich ein Haus kaufen möchte oder verkaufen will. Ich habe einfach irgendwann im Leben, also der Mensch hat im Leben mit einem Makler zu tun. Ja. Das ist doch schon irgendwie krass. So, und ich finde, der Makler hat einfach die Verpflichtung, er hat einfach die Verpflichtung, die beste Version seiner selbst zu sein und zwar schon als Respekt und Wertschätzung den Menschen gegenüber, die seine Dienste brauchen. Und wer hat schon Bock mit so einem langweiligen, blöden Sack, der keinen Bock auf irgendwas hat, zusammenzuarbeiten, der sich keine Mühe gibt, der sich nicht engagiert, der sich nicht anstrengt und der vielleicht auch nur Kohle verdienen will. Also da hat doch jeder Mensch da draußen ein Recht darauf, genauso wie du auch keine schlechten Nahrungsmittel kaufen willst und ich einfach das Recht darauf habe, wenn ich zu Edeka oder Aldi oder Rewe fahre, dass ich da keine abgelaufene Nahrung kriege und keinen Schrott kriege, sondern das ordentlich für mein Geld bekomme und aber selber entscheide, ob ich was günstig oder teuer kaufe. Und das, finde ich, hat auch jeder Mensch da draußen einen coolen, wirklich coolen, mit hoher Qualität ausgerichteten Immobilienmakler zu bekommen. So, das ist für mein Schlusswort. Ausrufezeichen. In diesem Sinne. Ciao. Ciao.